Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Anstieg rechtsextremer Straftaten, fast 29.000 Fälle in 2023. Dramatischer Anstieg rechtsextremer Delikte ondiziert wichtigen Wendepunkt. Der Anstieg rechtsextremer Straftaten in Deutschland hat in der jüngsten Vergangenheit besonders alarmierende Werte erreicht. Diese bedrohliche Entwicklung ist laut Bundesinnenministerium deutlich und gibt Anlass zur Sorge. Nach den neuesten Zahlen, die das Ministerium vorlegt, liegt die Zahl der Straftaten, die einem rechtsextremen Hintergrund zugeordnet sind, signifikant höher als im Vorjahr. Diese Statistik setzt eine seit einigen Jahren bestehende Tendenz fort und erfordert dringend konsequentere Gegenmaßnahmen. Das Bundeskriminalamt hat außerdem davor gewarnt, dass diese Zahlen wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs repräsentieren. Denn die Dunkelziffer an Fällen, die aus Angst oder anderen Gründen nicht gemeldet werden, dürfte deutlich höher liegen. Die Straftaten reichen von Propagandadelikten und Hasskommentaren im Internet bis hin zu gefährlicher Körperverletzung und Mordversuchen. Wir erleben eine Erosion demokratischer Grundwerte, erklärt der Kriminologe Prof. Dr. Werner Hilgers von der Universität Greifswald. Quelle Universität Greifswald. Pressemitteilung vom 10. Februar 2024. Politiker, Experten und Bürgerrechtsorganisationen sind sich einig, dass es notwendig ist, gegen diesen dramatischen Aufschwung rechtsextremer Gewalt energisch und nachhaltig vorzugehen. Dabei sind nicht nur exekutive und judikative Maßnahmen gefragt, sondern auch präventive Arbeit in Form von Aufklärung und Bildung zu fördern. Nach Meinung von Hilgers sollte der Staat bei der Prävention und Bekämpfung von Rechtsextremismus mehr Ressourcen zur Verfügung stellen. Wir müssen dem Rechtsextremismus mit allen zur Verfügung stehenden gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Mitteln entgegentreten, um unsere demokratische Gesellschaft zu schützen, so Hilgers. Quelle Universität Greifswald. Pressemitteilung vom 10. Februar 2024. Diese alarmierende Entwicklung verdeutlicht die Notwendigkeit, dass Politik, Gesellschaft, Polizei und Justiz zusammenarbeiten müssen, um Rechtsextremismus effektiv zu bekämpfen und die demokratischen Grundwerte zu verteidigen. Anita Farke, Freitag, 19. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.